Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zur Kampagne Singleplayer von Infinite Warfare. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und mit dabei seid, vor allen Dingen. Und wir werden uns jetzt hier weiter durchfighten. Fuck, Alter, diese scheiß... diese scheiß Druiden, ey. Die sind auch an... Oh, Granate schon wieder. Granate. Okay, machen wir mal eben weg hier. Äh, ja, mach da mal hin. Ich geh aber ein Stück weg. Ich lass mich wieder halb kaputt schießen, Junge. Zieh durch, Jekyll. Oh, shit. Ja, Leute, ich möchte mich auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall mich bei allen bedanken für den Support für die ersten beiden Folgen. Da geht noch mehr, Leute, ja. Die letzten Call of Duty, die letzten Jahre, die liefen alle zusammen so krass hier auf dem Kanal. Ich glaub, der erste Part von Black Ops 3, letztes Jahr, fast 11.000 Likes, Advanced Warfare, glaub ich, 8.000, 9.000. Und die folgenden Videos immer so 3 oder so, 3, 4 teilweise. Und ich bin mir sicher, einige von euch sind doch schon noch länger dabei, oder? Also, supportet gerne, ihr wisst ja, wie es läuft. Support ist kein Mord. Schön, Gruß. Einfach ein Uwe. Einfach das Motto abgezogen. Ah, ich feier den Typen. So, ist der auch weggeschweckt? Den hat er, Ethan. Ethan, hast du... Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Bingo, alle Stationen, wiederhole, Bingo! Import ablösen, Gefangene in den Gefahrs annehmen. Handy Officer, bringen Sie Artis online, da sind noch feindliche Schiffe im Luftraum. Wird gemacht, Admiral. Sato-Token richten eine Operationsbasis ein. Gut, sehen wir uns den Mistkörper an. Er muss verarztet werden. Ich muss gar nichts. Er hat einen Angestellten-ID. Das ist er. Michael Aaron Page, Maschinentechniker im Dienst seit 2 Jahren. SDF Schläferzelle. Das ist nicht mein Name. Das ist der Name eines Erdennarren. Wie lautet Ihr Name? Commander Akel Minriah. Von der Siedlungsdefensivfront. Wir machen Sie Meldung. Sie begannen einen Krieg. Und ich werde ihn beenden. Artis-Geschütze erfassen, jeden Moment feindliche Ziele, Admiral. Danke, Ethan. Gut gemacht. Sie zögern es nur hinaus. Rauscht mit ihm. Mars in Eterno. Standhalten, Marines. Gib mir 5 Minuten mit diesem Bastard. Salt. So viele unschuldige Reyes. Dann lass uns für sie kämpfen. Okay. Start bereit, Sir. Na los. Alle Stationen, hier ist K-1-1. Artis ist wieder unter unserer Kontrolle. Ich wiederhole. Wir haben die Kontrolle über Artis. Die Wand zieht sich zurück. Raider an Brücke. Lieutenant Sorter und ich brauchen Vögel. Nein, Sir. 3-2. Es gotiert sich zu ihrer Position. Bestätigt. So in Hölle? Okay. Ich sag's jetzt schon mal, die lassen den entkommen. Ich sag's jetzt schon mal. Der wird entkommen. Die können mir nichts vormachen. Krass. Autopilot aktiv. Alles klar. Was geht jetzt ab? Ich weiß gar nicht. Junge, ich hab bei Star Wars Battlefront geübt. Ich hab geübt, Junge. Die können mir nichts vormachen. Wow. Was zur Hölle geht hier ab? Wie geil ist das denn jetzt mal ohne Sche... Oh, shit. Ohne Scheiß jetzt. Also die Kampagne, wie gesagt, gefällt mir. Ich hab ja auch einige Kommentare von euch gelesen. Na klar sind da immer noch einige abgefuckt und so. Ist ja auch irgendwie teilweise beliebt, Spiele zu haten. Und gerade das ist Infinite Morphia. Und das merkt man bei einigern, die einfach von Grund auf, so aus Prinzip, ich muss das jetzt haten. Merkt man einfach. Sich überhaupt nicht mit dem Spiel auseinandersetzen. Geschweige denn, das selber zocken und dann schon haten. Das ist, naja, das ist halt... Na gut. Muss ja jeder selber wissen. Finde ich jetzt, ähm... Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dumm. So eine Einstellung. Wenn man grundsätzlich abgeneigt ist vom Setting her und sagt, ey, mir sagt das Spiel nicht zu oder so. Das ist ja eine andere Sache. Das ist ja kein Problem. Aber dann irgendwie ohne selber gespielt zu haben oder ohne selber irgendwie wirklich den Plan zu haben, zu sagen, das ist scheiße für alle. Ja, das ist wiederum so eine Einstellung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung warum. Warum es da Leute gibt. Wie gesagt, man muss es nicht gut finden. Man kann es ja gerne schlecht finden. Ich bin ja jetzt auch nicht hier der Sprecher von Activision oder so. Aber dieses, dieses, äh... Hobby-Haten oder so. Weiß ich nicht, warum man sich dann nicht lieber mit irgendwie positiven Dingen abgibt. Oh, scheiße. Aber wie gesagt, muss ja jeder selber wissen. Oh, shit. Jawoll. Wuhu. Bin dabei, bin dabei, bin dabei. Mich wundert es auch ehrlich gesagt, so Call of Duty-like, dass man relativ viel selber steuern kann hier. So vom Fliegen her. Ich hab' ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hab's verkackt? Nein. Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Alles klar. Was? Was? Oh Gott, das gibt's immer noch. Das sind Freunde von uns. Alles klar. Schöpflichen Beschuss auf diesen Superträger konzentrieren. Verstanden. Ethan, du fliegst, ich schieße. Hier spricht Admiral Salenkopf von der Unbewusstmann. Ihr seid besiegt. Tod ist keine Schande. Ach, John, Mann. Was ist denn los mit dir, John? Was ist denn los hier? Ach, du Scheiße. Huuhu. Halt bei ihr, Ethan. Wir wurden erfahrt unter. Hölz, Koffer einsetzen. Gegenmassen haben los. Die Kanone anvisieren 1-2. Keine Weg. Alle Stationen. Zielboden nicht beschädigt. Die halbe Knotte ist auf Lein. Retribution, Rückzug, Rückzug. Retribution geht auf Abfahrkurs für taktische Kollision. Ziel ist auf das Schande. Kollision nicht ausführt. Mit vieles Kämpfens 1-1. Einstatt steht bevor. Ihr Retribution haben mehrere Verletzte an Bord. Alle Stationen. Retribution ist in Schwierigkeiten. Per Schuss auf Superträger konzentrieren. Alles klar. Alles klar. Geht nicht zurück. Dranbleiben. Sie sind gesprungen. Alle Stationen. Achtung. Feind hat sich zurückgezogen. Einsatzbereich sicher. Die Olympus hat die Flotte überzugerichtet. Zurück zur Basis. Flieg zur Retribution. Führ uns rein. Verstanden. Retribution, SCAR 1 erbittet Landeerlaubnis. Bestätigt. Landeerlaubnis erteilt. Landebahn 2 Lima. Verstanden. 2 Lima. Wir kommen rein. Charlie Delta bestätigt. 1-1 an Retribution. Was zum Teufel ist da passiert, Gator? Mehrere Verletzte beim Crashmanöver, Sir. Ich brauche hier drüben eine Trage. Util ist Reyes. Wir brauchen Sie hier oben. Sofort. Brücke Hände. Ist das angekommen, Salt? Ja. Wir haben große Probleme, Reyes. Salt, alles okay? Positive. Bei dir? Noch da. Ethan? Ausgezeichnet, Sir. Gibson, holen Sie uns hier raus. Versuch, seien zwei. Die Leinen sind gerissen. Okay, Sie haben wieder Luft, Lieutenants. Erstetigt. Wir haben Sie, Sir. Verdammt gut, Sie zu sehen, Reyes. Kloos, helfen Sie ihm. Der Jekyll muss zur Wartung. Pronto. Ja, ma'am. Hab meine Überdosis Ergas, Sir. Petty Officer First Class Ethan, das ist Gibson. Airboss, der Red. Willkommen auf der Red. Was davon übrig ist? Was hat Alder sich nur gedacht? Strategische Manur bei diesem Geheimdienststufe. Sagen Sie der Brücke, das hier raufkommt, um Captain Alder zu sehen. Die Brücke ist seit dem Angriff abgeregelt. Ethan, bleib bei Gibson. Tu, was sie sagt. Verstanden. Wie sieht's aus, Boss? Wie viele sind zurück? Scar 2 sind im Netz. Ansonsten, nur sie. Verdammter Mist. Mist. Hier geht's tatsächlich drunter und drüber. Geben wir mal mit dem Käpt'n. Wir opfern nicht die Crew, wenn wir überrannt werden. Gehen wir zur Brücke. Ich brauche hier eine Injektion. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Scheiße. Sie haben uns. Sie haben uns. Ich hätte ihn mir schnappen sollen. Ein Käpt'n schützt seine Leute. Assault. Notfalls durch Rückzug. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Ja. Anscheinend. Das heißt, sie und die Skat-Trägen haben denen gut zugesetzt. Haben wir. Das haben wir gemacht. Ja. Alter Schwede. Ey, hier gibt's echt, äh... Okay. Viel Action. Oh Gott. Ich helfe Ihnen, Lieutenant. Staff Sergeant, du machst. Keine leichte Entscheidung für Ihren Käpt'n. Kostete uns gute Männer. Hätte nicht passieren dürfen. Nicht so. Bei allem Respekt, Lieutenant. Es war seine Pflicht. Der Feind zog sich zurück. Der Käpt'n muss seine Männer nach Hause bringen, Staff Sergeant. Nicht immer, Lieutenant. Nicht immer. Ja. Die Marines voraus. Sie kommen mit uns und genießen die Aussicht. Treffen auf dem Tiefdeck in 5, Staff Sergeant. Okay. Legen Sie los, Gator. Mondportal. Aye, Sir. Setze kurz. Meldung, wenn bereit, Captain. Commander Reyes. Captain Alders Dienstbüro gehört... ... nun Ihnen. Seine Dinge sind aber noch immer am Platz. Danke, Boats. Für den unburgsamen Käpt'n John Alder. Der Käpt'n ist tot. Lang lebe der Käpt'n. Panic. Ja? Du schaffst das. Du bist unser bester Mann. So viel Lob von Tierenhorror? Hast du dir verdient. Nimm dir einen Moment. Das... Das ging schnell jetzt. Von Genf bis zum Käpt'n werden, Leute. Das ist eine schnelle Laufbahn jetzt gewesen. Was haben wir denn hier? Logbuch des Käpt'ns. Die Schusswaffenbehörde war überraschend da. Wusste ich gar nicht. Unsere geschäftigen russischen Brüder betreiben ein kleines Import-Export-Geschäft mit ihren Freunden aus Kanada. Eishockey-Spiel gegen Militärausrüstung oder so. Illegal. Und wie? Die Marine hat die Behörden informiert. Flottenweite Inspektion. Ganz große Nummer. Sie durchsuchen hier alles? Sie waren vor fünf Minuten hier. Haben kurz auf das Inventar geschaut und ich hab ihren Abzug auf fünf Pfund eingestellt. Haben mir nen Hut gegeben. Nett. Waffen, Alkohol, Tabak. Es gab mal eine Zeit, da bekam man Whisky, Zigaretten und einen Colt im Supermarkt im gleichen Garten. Die guten alten Zeiten. Noch so ein Zeichen, dass ich zu spät geboren wurde. Liebe im Wilden Westen? Der Wilde Osten. China im 9. Jahrhundert. Tang Dynasty. Erfindung des Schießpulvers. Da gehöre ich hin. Da kennt sich jemand mit Geschichte aus. Die sechste Klasse, Buchvorstellung bei Miss Trillscott. Die war mal so richtig streng, hatte aber mal andere Qualitäten. Konnte den Unterricht kaum erwarten. Was gab's denn für eine Note? Drei Minus. Absichtlich mit Bleistift geschrieben. Das hat sofort eine Stunde Nachsitzen bei Miss Trillscott gegeben. Mission erfüllt. Ich mochte die Schule. Sechs Stunden am Tag immer die gleichen Anweisungen. Das kenne ich. Im Gleichschritt marschieren, gleich anziehen und den Regeln folgen. Ein wenig Struktur und Gruppenmentalität wirken Wunder. Soldaten sind keine Schafe. Überhaupt nicht. Aber jede Maschine hat Räder, Federn, Bolzen, Spulen. Alleine völlig harmlos. Aber an der richtigen Stelle eingesetzt. Und schon hat man etwas Starkes und Präzises. Das sind keine Schafe. Miss Trillscott war eine gute Lehrerin. Was die Feinheiten der Kriegsführung betrifft, bin ich natürlich überfragt, Lieutenant. Aber ich soll verdammt sein, wenn wir nicht etwas Trost in der Schönheit einer Waffe oder einer Lehrerin finden. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir hören uns die anderen Sachen beim nächsten Mal an. Hier endet nämlich der Part erst mal. Leute, was ist euer Eindruck? Also ich habe einige gelesen, wie gesagt, die sind immer noch negativ eingestellt. Oder finden es einfach nicht gut. Ist ja vollkommen okay. Ich habe auch einige gelesen, die überraschenderweise positiv überraschend sind. Alles klar, okay, weiß Bescheid. Also mir gefällt die Kampagne bisher sehr gut. Aber wie gesagt, schon im ersten Part erwähnt. Ich wurde noch nie vom Singleplayer von Call of Duty noch nie wirklich enttäuscht. Der hat immer Bock gemacht. Der hat immer Bock gemacht. Mal mehr, mal weniger. Aber Black Ops 3 hat mir Singleplayer gut gefallen. Advanced Warfare sogar richtig gut. Das fand ich ganz geil mit Kevin Spacey. Und so weiter und so fort. Also ich habe meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und wie gesagt, supportet den ganzen Kram. Supportet kein Mord. Und ja, lasst gerne mal dein Feedback da. Würde mich freuen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.